Maisbrot Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Youtube Kanal. Heute habe ich vor Maisbrot zu machen. Dafür benötigt man Maismehl, Buttermilch, Soda und ein bisschen Weizenmehl. Und Öl braucht man für Braten. Also Leute, fangen wir an. Als erstes gebe ich das Mehl hinzu und Soda. So viel. Und jetzt kommt Buttermilch dazu. Also Leute, mit dem Teig bin ich schon fertig. Ich habe das Herd schon vorgeheizt, jetzt kommt in die Pfanne Öl. Die Pfanne Öl. Eine Seite ist schon gebraten. Jetzt werde ich die andere Seite draten lassen. Und jetzt kommt die nächste Portion. So Leute, es ist sehr wichtig, wenn der Teig weif ist, Dann wird das Maisbrot auch sehr weich und gut. So Leute, ich bin schon fertig mit Maismehlbrot. So schaut mein Maismehl aus. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie das von innen ausschaut. Schaut so weich, so weich und so gut. Und passt mit Käse sehr gut. Und ihr könnt gerne nachmachen und zu Hause probieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da. Kommentiert das Video und abonniert mich. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren für mehr Videos. Tschüss Leute.